Mein Name ist Bernhard Auraher, ich bin Gesellschaftsgeschäftsführer der Bäckerei im Kontinuiterei Ratschiller, die hier ansässig ist in Holzkirchen. Unsere Firma besteht seit 40 Jahren und wir betreiben ca. 50 Läden, die von Kiefersfelden bis nach Fürstenfeldbruck reichen. Außerdem haben wir sehr viel Liefergeschäft. Wir sind von Corona massiv betroffen. Am wichtigsten ist mir allerdings, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Dafür haben wir umfangreiche Hygienemaßnahmen eingeführt. Und das zweite Wichtige ist natürlich auch, dass es wirtschaftlich bei uns weitergeht. Hier haben wir massive Einbußen, insbesondere natürlich beim Umsatz in den Filialen, wo wir 50% nur noch erreichen. Und beim Liefergeschäft ebenfalls, weil sehr viele Veranstaltungen, Messen, Festivitäten, Fußballspiele ausfallen. Und von daher, wie wir gesagt, eben entsprechend beeinträchtigt sind. Außerdem wurden bei uns Filialen geschlossen, die in Baumärkten ansässig sind. Das wurde behördlich angeordnet. Und von daher können wir die nicht weiter betreiben. Kosten und Gehälter laufen dort natürlich weiter. Insbesondere eben auch die Mieten. Und ich bin froh darüber, dass ich eine Betriebsschließungsversicherung bei Münchner Verein abgeschlossen habe. Gott sei Dank. Und für diese geschlossenen Filialen und auch die geschlossenen Restaurants, die wir selbst betreiben, habe ich einen fünfstelligen Betrag unbürokratisch und schnell aufs Konto überwiesen bekommen. Das war wichtig, weil wir keine Soforthilfen von dem Staat erhalten, da wir über 250 Mitarbeiter beschäftigen. Außerdem ist es so, dass wir auch mit anderen Bäckerkollegen telefoniert haben. Und dort war es so, dass diese Kollegen sagten, dass sie Betriebsschließungsversicherungen bei anderen Gesellschaften abgeschlossen haben. Die haben eine Zahlung verweigert. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir alle gesund durch diese Krise kommen und dass es bei uns und natürlich bei den anderen Firmen wirtschaftlich weitergeht. Mein Name ist Martin Eder von der Münchner Vereinssubdirektion Eder und Kollegen. Der Coronavirus hat uns alle auf den Prüfstand gestellt. Dieses Jahrhundertereignis kam mit einer Geschwindigkeit auf uns zu, die sich keiner vorstellen konnte. Demzufolge war auch der Münchner Verein als traditioneller Handwerksversicherer gefordert, hier schnelle Lösungen zu bieten und Verantwortung zu übernehmen. Nach dem Anruf von Herrn Auracher, der mir die besondere Situation geschildert hat, habe ich sofort mit unserer Direktion Kontakt aufgenommen. Unser Vorstand hat entschieden, die Kunden nicht im Stich zu lassen und uneingeschränkten Versicherungsschutz in der Betriebsschließungsversicherung zu gewähren. Im Vergleich zu anderen Versicherungsgesellschaften am Markt hat sich der Münchner Verein entschieden, die Kunden nicht nur anteilig zu entschädigen, sondern im Rahmen der vollen Versicherungssumme und dies in einer äußerst unbürokratischen und schnellen Abwicklung, bei der man auf Nachweise und Schadenmeldungen und sonstige Dinge verzichtet hat, um eine echte Soforthilfe zu leisten. Mit der Auszahlung sechsstelliger Versicherungssummen innerhalb kürzester Zeit, nur in meinem Kundenbestand, hat der Münchner Verein bewiesen, dass er ein seit Jahrzehnten absolut verlässlicher Partner des Handwerks ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit unserer Beratung die Existenzen im Handwerk sichern konnten und wir versprechen Ihnen auch weiterhin unser Bestes zu geben, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir verstehen unser Handwerk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017